Lassen wir die Streithähne ihre Probleme lösen und wenden uns der Fauna der weiten Prärie zu. Und hier kommt auch schon ein Stinktier. Du bist aber ein nettes Tierchen. Wo kommst du denn her? Schließen wir Freundschaft? Kieks! Kieks! Und diese kleine Nase! Wie lustig! Achtung! Stinktiere haben eine Geheimwaffe. Es ist aber nicht gerade möglich, anderen seinen Hintern zu zeigen. Oh nein!